Ich bin der Georg Peterseil aus Katzdorf, aus Kreinsberg. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin momentan daheim in der Landwirtschaft tätig. Und nachdem ich Katzdorfer bin, habe ich eigentlich auch sehr viel Bezug zu der Karte, weil es eben in unserem Katzdorf verwoppen ist, auf unserer schönen Katzdorf verdrocht, wo hinten oben ist. Und von dem her bin ich eigentlich mit der Karte aufgewachsen. Also ich habe von der Kennteheit schon einfach gewusst, dass das die Karte ist, weil ich viel mal rede, dass es ein Tistel ist, was wir hinten oben haben. Und ich habe mir überlegt, für was ich die Karte einsetzen kann. Es ist halt ein wenig schwierig in der heutigen Zeit, aber es hat sicher eine schöne Form und auch mit den Hacken drauf kann man es entweder vielleicht zum Putzen für irgendwas nehmen, statt der Drahtbürsten oder so. Oder für die Tiere zum Putzen.